Moin Leute und herzlich willkommen zum siebten Teil des Stream-Elements-Komplett-Kurses. In diesem Teil werden wir uns Stream-Labels anschauen, welche eine Möglichkeit sind, textuell in eurem Overlay anzuzeigen, wer zum Beispiel als letztes gefolgt hat, wer als letztes donated hat oder wer als letztes einen Sub dargelassen hat. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr gleich nach dem Intro. Seid ihr aktuell auf der Suche nach atemberaubenden animierten Overlays und Designs für euren Stream- oder YouTube-Kanal? Dann solltet ihr euch unbedingt mal OnTV anschauen. Hier bekommt ihr neben kompletten Overlay-Paketen auch Emotes, Logos und vieles mehr. Auf den Produktseiten findet ihr neben ausführlichen Informationen auch Beispiele zu den einzelnen Anwendungsmöglichkeiten. Und vergesst beim Checkout nicht den Code Nielson1489, denn damit staubt ihr 40% Rabatt ab. In dem letzten Teil haben wir ja bereits unsere Szenen vorbereitet. Das heißt, in OBS Studio ist eigentlich alles ready to go und wir können jetzt unsere Labels einfügen. Ihr werdet gleich sehen, wenn ihr noch nicht wisst, was Labels sind, werdet ihr sehen, was das ist. Ich werde das nochmal erklären und wir werden gemeinsam die ersten Labels in unser Overlay einbinden. Also starten wir einmal direkt in OBS Studio. Ich habe hier schon mal die Szene Just Chatting geöffnet und dort sind wir ja stehen geblieben, dass wir einen Just Chatting Overlay eingebunden haben. Was wir nun machen wollen, ist, dass wir hier bei Latest Subscriber, Latest Donation, Latest Cheer und Latest Follower auch Lauftext drin haben. Denn das ist eigentlich ein Streamlabel. Ein Streamlabel ist Text, der bestimmte Daten repräsentiert, wie zum Beispiel den letzten Follower. Und Streamlabels sind dafür bekannt, dass sie nicht statisch selber in das Overlay reingeschrieben werden, sondern sich dynamisch selber ändern, wenn die Daten dahinter sich auch ändern. Sprich, wenn ein neuer Follower kommt, ändern sich ja die Daten, es ist ein neuer Follower da und somit ändert sich auch das Streamlabel, denn das Streamlabel zeigt dann die neuesten Daten, den neuesten Follower an. Lasst uns das doch einmal gemeinsam machen. Dafür gehen wir hier einmal auf Scene Just Chatting, Rechtsklick, Eigenschaften. Dann einmal hier auf Open & Stream Elements Overlay Editor und dann sind wir ja auch schon in unserem Overlay Editor. Und was wir nun machen wollen, ist folgendes. Ihr habt hier die Möglichkeit, auf das Plus zu klicken. Und bei dem Plus habt ihr eine Kategorie Labels. Diese Kategorie ist nun unterschiedlich, je nachdem, ob ihr mit YouTube oder mit Twitch verbunden seid. Bei Twitch zum Beispiel seht ihr hier Subscribers, Followers, Bits, Tips, Hosts und Other. Seid ihr mit YouTube verbunden, dann habt ihr da natürlich andere Dinge, wie bei Subscribers ist das natürlich kein Subscriber wie bei Twitch, sondern bei YouTube ist es wie ein Follower dann, ne? Ihr habt dann Supershats zum Beispiel, das kommt bei YouTube dazu. Das heißt, ihr habt einfach andere Labeltypen. Das ganze Prinzip dahinter ist aber das gleiche. Ihr sucht euch den jeweiligen Labeltyp aus, klickt diesen an, fügt ihn ins Overlay ein und dann konfiguriert ihr den Labeltyp. Daher würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal mit einem Labeltyp an, damit ihr generell versteht, wie das Prinzip hinter so einem Label ist und wie man da an die konkreten Optionen drankommt. Welchen Labeltyp ihr dann im Endeffekt nehmt, das hängt davon ab, ob ihr halt mit Twitch oder mit YouTube verbunden seid. In unserem Fall wollen wir jetzt zum Beispiel mal den Latest Follower einbinden. Das heißt, wir gehen auf Follower, dann gehen wir auf Latest und dann nehmen wir einfach Your Latest Follower. Wenn ihr da drauf klickt, wird das Element auch direkt hier ins Overlay eingebunden. Das heißt, wir können das anklicken und können es theoretisch schon hier hinziehen. Aber das Ganze ist vielleicht noch nicht so, wie wir es haben wollen. Das heißt, als allererstes werden wir hier jetzt die Einstellungen anpassen. Wir gehen einmal auf Layers und geben dem Ganzen jetzt erstmal einen Namen und zwar Doppelklick und dann einfach Last Follower, zack, Enter und dann gehen wir mal auf die Settings. Bei den Settings könnt ihr bei den Labels nämlich jetzt folgendes tun. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Text zu ändern. In meinem Fall steht ja Latest Follower Doppelpunkt und dann steht ein Name drin. Also hier im Overlay zum Beispiel Jelina1106. Dieser Name in den geschweiften Klammern, das ist eine Variable und bei den Stream Labels werdet ihr sehr oft Variablen nutzen, denn diese Variablen sind dafür da, bestimmte Elemente dynamisch in den Text einzubinden. Das heißt, diese Message besteht aus einem statischen Teil und einem dynamischen Teil, nämlich dieser Variable. Diese Variablen solltet ihr eigentlich immer verwenden, denn ansonsten funktioniert das Label nicht. Dann steht nämlich immer der gleiche statische Text, egal was für Daten dahinter sich ändern und was für neue Follower da drin sind. Gehen wir mal zum Beispiel in das Beispiel. Ich möchte hier jetzt gar keinen Text mit drin haben. Das heißt, ich lösche hier den statischen Text weg und ihr seht, dass sich automatisch auch mein Label aktualisiert, nämlich nur noch der Follower angezeigt wird. Man könnte natürlich anderen Texte reinschreiben wie Danke dahinter schreiben und das Ganze wird dann immer hinter den Namen gesetzt. Aber das Prinzip ist, denke ich, klar. Ihr solltet die Variablen nehmen und könnt dann sozusagen das Template für dieses Label hier anpassen. Bevor wir nun zur nächsten Option weitergehen, möchte ich euch aber auf etwas hinweisen. Solltet ihr Stream Elements gerade erst eingerichtet haben und ihr habt noch keine Daten, das heißt, euer Account ist noch so neu, dass seit Einrichten von Stream Elements noch gar keine Follower hinzugekommen sind oder keine Abonnenten, dann kann es passieren, dass das Feld einfach leer bleibt. Das heißt, ihr seht im Label nichts, denn Stream Elements kann keine Daten anzeigen. Da braucht ihr aber nicht verzweifeln. Es gibt die Möglichkeit, wenn ihr hier oben einmal auf Session Data klickt, das Session Data zu öffnen und dann kommt ihr hier auf den Reiter Labels. Und bei Labels habt ihr nur die Möglichkeit, hier für den Test bestimmte Platzhalter einzutragen. Zum Beispiel der letzte Follower soll immer Peter Pan sein. Na, komm her, ich will hier ein Peter Pan. Und der letzte Subscriber soll immer Biene Maja sein. Biene Maja nur zum Testen. Das heißt, in dem Moment, wo echte Daten kommen, werden natürlich nicht mehr diese Daten hier gezogen. Das ist einfach nur dafür da, dass solltet ihr noch keine Daten haben, ihr die Labels trotzdem im Overlay platzieren und testen könnt. Und das könnt ihr natürlich auch für Latest Tipper, für Latest Jira, für Latest Host oder halt, wenn ihr YouTube verbunden habt, für die dort spezifischen Datentypen eingeben. Das Ganze speichert ihr dann mit Save Changes und dann könnt ihr dieses Fenster hier wieder schließen. Ihr seht nun, dass auch bei mir bei Latest Follower Peter Pan drin steht. Also ich habe eigentlich noch keine Follower bei diesem Kanal und Peter Pan wäre dann halt einfach der Testdatensatz. Das war mir nochmal wichtig, euch das Ganze zu zeigen. Gehen wir nun mal auf den nächsten Reiter Position, Size und Style. Bei Position, Size und Style könntet ihr dem Ganzen nun theoretisch einen festen Wert geben. Also eine feste Breite, eine feste Höhe. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine 200 eingebe und eine Höhe von 60, dann seht ihr, dass sich die Box hier anpasst. Das heißt, um nun optimal den Text eigentlich zu platzieren, könnte man hier mit Width und Height, also Breite und Höhe, ein wenig rumspielen. Klicken wir mal hier rein und dann werde ich mal mit der Pfeiltaste auf der Tastatur das Ganze so breit machen, bis es die Box ganz ausfüllt. Ich möchte nämlich von Herz zu Herz gehen. Das heißt, ich schiebe jetzt die Box hier nochmal so hin, dass sie an dem Herz links drankommt. Zack. Dann gehe ich wieder auf Width, gehe wieder mit der Pfeiltaste nach oben und mache das Ganze, bis sie rechts an das Herz drankommt. Perfekt. Die Höhe, die ist zu hoch. Das seht ihr ja am Text. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit der Höhe mal ein bisschen runter, um das Ganze auch optimal zu haben. So. Und dann kann ich das Ganze hier nochmal ein bisschen weiter mittig platzieren und schon passt das von der Box. Ich rede hier nur von der Box. Wir haben noch nichts weiter angepasst. Wir gehen dann einmal auf Text Settings. Das wäre der nächste Punkt. Und wichtig, bevor ich das mache, vielleicht sollte ich hier auch nochmal nennen, dass ihr Opacity einstellen könnt. Das ist nämlich dann die Möglichkeit, ihr seht es, dass der Text jetzt durchsichtiger wird. Das heißt, die Deckkraft des Textes. Ich lasse es auf 100, weil ich möchte es gerne auf 100 haben. Solltet ihr euren Text aber ein bisschen in der Deckkraft ändern wollen, könnt ihr das hier ganz einfach tun. Gehen wir einmal auf Text Settings. Und hier wird es nun interessant. Denn ihr habt jedes Mal, egal welches Widget ihr eigentlich benutzt von Stream Elements, so eine Box mit Text Settings. Also solltet das Widget Text enthalten, was eigentlich bei den meisten Fällen so ist. Und in den Text Settings könnt ihr die Schriftart ändern, die Schriftgröße. Ihr könnt die Line Health ändern. Das ist eigentlich die Höhe der Zeile, die ihr ändern könnt. Ihr könnt sagen, ob das Ganze links ausgerichtet, rechts ausgerichtet, zentriert sein soll. Soll es italic, underlined, bold. Also alle möglichen Schriftartänderungen, die ihr eigentlich aus jedem Schreibprogramm kennt, wie Word oder Open Office oder, oder, oder. Und das alles könnt ihr hier halt anpassen. Zum Beispiel würde ich jetzt als allererstes sagen, ich möchte als Schriftart nicht Nunito haben, sondern ich möchte gerne Roboto haben. Das heißt, ich gebe hier mal Roboto ein. Ihr wisst es ja mittlerweile, wenn ihr öfter meine Videos guckt. Ich mag Roboto total gerne. Und ich könnte auch noch die Schriftfarbe ändern. Das heißt, ich könnte hier reingehen und könnte jetzt eine ganz andere Schriftfarbe nehmen. Ich mache das jetzt mal gewollt krass. Ich möchte das jetzt nicht so schön machen, sondern einfach nur zeigen, wie es funktioniert. Und zack, schon ist meine Schriftart und auch meine Schriftfarbe geändert. Gehen wir mal weiter runter, könnte ich dann theoretisch hier auch noch die Schriftgröße ändern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine etwas größere Schrift haben möchte, 28, Bums, aus, fertig. Ihr könnt das Letter Spacing ändern. Ihr könnt das Word Spacing ändern. Kommen wir aber nochmal zu dem interessanten Teil. Das wäre nämlich die Ausrichtung des Textes. Und ich möchte meinen Text natürlich immer zentriert haben. Ihr seht, das Ganze passt jetzt schon wunderbar. Und egal, wie lang der Name des neuesten Follower ist, ich habe ja die Breite meiner Box angegeben. Das heißt, es wird da auch nicht rausgehen aus dieser Box. Ich könnte es jetzt bold machen oder nicht bold. Je nachdem, ich finde hier bold hübscher. Ihr könnt dann auch noch einen Text Stroke eingeben. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie eine Umrandung des Textes. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal nach oben gehe auf, sagen wir mal, gehen wir mal so. Und dann gebe ich hier eine Farbe ein, mache das Ganze mal auf schwarz. Dann bekommt der Text, ich mache hier mal eine höhere Zahl, damit ihr es wirklich seht. Oh, das ist viel zu viel. Ich mache mal zwei. So, dann seht ihr, dass der Text eine schwarze Umrandung bekommt. Also Text Stroke ist einfach nur Umrandung mit einer Farbe, wenn ihr das haben wollt. Ich mache das Ganze jetzt mal wieder auf 0. Ich finde das nicht so hübsch. Ihr könnt auch noch einen Schatten auswählen. Das könnt ihr hier an und aus machen, kein Schatten, Schatten. Und dann könnt ihr hier theoretisch über RGB angeben, in welchen Farben der Schatten sein soll und wie breit der Schatten sein soll. Das finde ich hier ein bisschen unpraktisch gelöst. Ich hoffe, da macht Stream Elements bald nochmal eine Änderung. Denn die meisten werden höchstwahrscheinlich nichts mit dieser Angabe anfangen können. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie das Ganze auch so machen, wie in den anderen Bedienelementen, dass ihr wirklich angeben könnt und eine Auswahl habt wie diese Box hier. Also ihr seht RGB 000 ist eigentlich die Farbe. Hier könnt ihr dann die Farbe ändern. Das heißt, wenn ihr euch nicht damit auskennt, klickt ihr in so eine Box rein, wählt einfach eine Farbe aus, die ihr haben wollt. Zum Beispiel habt ihr jetzt hier die Farbe. Und dann seht ihr hier den RGB-Code. Den könnt ihr dann einfach kopieren aus der Box. Geht dann hier rein und könnt damit sozusagen den Schatten ändern oder die Farbe des Schattens. Nur um es euch mal einfacher zu machen. Und diese Auswahl plus die Breite, das hätten sie eigentlich anpassen können, sodass man das hier auch in der Box auswählt. Aber nun gut. Und dann gibt es noch Text Scrolling. Und das finde ich eigentlich bei Stream Labels mega interessant. Jetzt ist der Text da ziemlich statisch. Das heißt, der Text, der bleibt hier stehen und ich habe keine Bewegung im Bild. Wenn ich jetzt aber möchte, dass der Text sich bewegt, klicke ich hier auf Text Scrolling, kann die Scroll Richtung angeben. Also das Ganze nach links scrollen, nach unten, nach oben oder nach rechts. Ich mache es jetzt mal nach links. Das finde ich eigentlich sehr hübsch und kann dann den Scrolling Speed angeben. Umso niedriger ihr den Scrolling Speed eingebt, umso langsamer wird das. Umso höher, umso schneller. Die Geschwindigkeit des Scrollings ändert sich erst, wenn der Text einmal komplett durchgelaufen ist. Und im nächsten Durchlauf habt ihr dann die nächste Scrollgeschwindigkeit. Ihr seht, scroll left, zweier Scrollspeed. Und schon sieht das Ganze wirklich nett aus. Mein Text scrollt da langsam durch, verschwindet hier am Ende der Box und kommt dann am Anfang der Box wieder raus. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Einbinden eines Stream Labels. Es ist super einfach. Ihr könnt nun weitere Labels hinzufügen. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch wieder auf das Plus gehen würde, könnte ich hier auf Labels gehen, Subscribers, Latest, Latest Subscriber. Bums, aus, fertig. Schon habe ich mein Latest Subscriber. Hier würde ich dann wieder die ganzen Einstellungen anpassen. Dann gehe ich wieder auf das Plus, gehe wieder auf Labels, gehe zum Beispiel auf, ähm, was haben wir hier noch? Latest Shear, also Bits, Latest und dann Latest Shear. Dann habe ich hier mein Latest Shear. Und da seht ihr zum Beispiel genau das, was ich angesprochen hatte zuvor. No Data. Das ist genau das, was ich halt gemeint habe. Wenn man da keine Daten hat, dann zeigt er hier No Data an. Ja, und dann könnte ich zum Beispiel noch Latest Donation machen. Das heißt, hier wieder aufs Plus, Labels. Dann auf Tips, Latest, Latest Tipper. So, habe ich auch noch keine Daten, aber ich kann das Ganze positionieren, einrichten. Ihr seht, so einfach kann ich eigentlich die einzelnen Labels in meinem Overlay platzieren. Und das macht ihr pro Overlay. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel auf das In-Game Overlay wechseln, dort auch den Overlay Editor öffnen, die Labels einfügen, speichern. Das Ganze aktualisiert sich im Overlay aus die Maus. Und damit seid ihr eigentlich relativ schnell ready to go, ein super easy Overlay aufzubauen, wo auch die Daten dynamisch in den Boxen sich ändern, ohne dass ihr noch irgendwelche Zusatzsoftware laufen lassen müsst oder, oder, oder. Ihr habt eine einzige Browser-Source, die bindet ihr pro Szene ein. Fertig. Wir müssen das Ganze dann natürlich abschließend nur noch mit Save bestätigen. Dann wird es gespeichert und dann seid ihr ready to go. Ihr habt jetzt noch eine coole Möglichkeit, das zeige ich euch zum Abschluss. Ihr habt hier so einen Emulate-Button. Den Emulate-Button könnt ihr nicht nur für Alerts benutzen, sondern auch für Stream-Labels. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel auf Tipp-Event gehe und mal ein 10-Dollar-Tipp-Event auslöse, seht ihr, dass automatisch hier die Testdaten eingetragen werden. Oh, Latest-Tipper, Collie, 10 Euro. Perfekt. Also damit könnt ihr das Ganze natürlich im Overlay auch nochmal testen. Wir speichern dann nochmal, schließen das Fenster und können dann hier auch auf OK klicken, aus die Maus. Ihr habt alles in eurem Overlay fertig. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum sich mein Latest-Follower nicht bewegt. Und das möchte ich auch nochmal zeigen, wenn ihr bestimmte Dinge einbaut im Overlay. Eigentlich aktualisiert es sich automatisch. Es kann aber mal vorkommen, dass das nicht ganz funktioniert. Da müsst ihr eigentlich nur hier auf die Szene draufklicken, einmal auf Aktualisieren. Dann wird das Ganze neu geladen und danach hat er auch euren Effekt drin. Zack, jetzt seht ihr es. Fertig geladen. Und schon bewegt sich auch mein Stream-Label. Ja, damit sind wir dann aber auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dieser Teil hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.